Ja, es ist einfach unglaublich, wo ich im Ziel abgeschwungen habe und da ist der zweite Platz gestanden, da habe ich mich schon mal richtig gefreut. Dann habe ich gesehen, ja, siebenhundertel, dann habe ich mir gedacht, ja, okay, vielleicht hätte ich die eine und die Kurve schneller fahren können, aber ich bin komplett happy mit der Silbermedaille. Ich finde es voll cool, dass es endlich gestartet hat, weil wir sind ja schon ein paar Tage da und ich habe es kaum erwarten können, also echt mit den Rennen zu starten, nicht nur zu trainieren. Voll cool, dass wir gleich im ersten Bewerb mit einer Medaille starten können. Also überhaupt die Erfahrung zu sammeln und einmal bei so einem Rennen, bei so einem großen dabei zu sein, es ist einfach, es ist voll viel wert und es ist einfach richtig lässig. Es sind so viele Kameras da, es sind so viele Menschen um die Oma, aber das ist eigentlich das Coole daran. Jetzt wirklich dabei zu sein und jetzt da in Südkorea zu stehen, das ist schon ein cooles Gefühl. Komplett cool, dass das für mich jetzt auch so klappt, das klappt.